Okay, welches Level wollt ihr jetzt mal wieder spielen? Feuerschmiede, nein. Okay, dann spielen wir Feuerschmiede jetzt. Nein, egal. Ich bin halt jetzt schon gestorben. Ja, also deswegen haben wir dich ja auch auf dem Team. Okay, ich sag dir einfach, welche Sachen du nicht brauchst und welche schon. Also ich sag nein, wenn du das nicht brauchst. Also nein, 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 nein. Das hier behalte ich, weil es cool ist. Ja, behalte es mal. Okay, los geht's. Gegen die Menschheit.